Hallo Menschen und herzlich willkommen euer Senseless Survivor wieder hier und heute gibt es einen Raid vom 29.06.2021. Das war genau ein Tag vor dem Vibe. Klaus und ich waren auf Customs unterwegs. War ein schöner Raid eigentlich so. Skui kam auch noch vorbei, hat kurz im Stream reingeschaut und hallo gesagt hat mich riesig gefreut. Ja wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Würde ich mich riesig freuen sowieso wie immer. Ihr wisst das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi. Euer Senseless. Es waren schon coole Events. Ich habe es wirklich richtig gefeiert. Das Zeugs. Gehen wir Red. Big Red. Obwohl ich habe keine Lampe an meiner Knifte. Da wollen wir gleich hinten runterrennen. Können wir auch machen oder? Ja. Aber ich habe Musik habe ich noch an. Was ist jetzt eigentlich euer Ziel? Ballon. Ballon. Hä? Nachher. Wir haben keine Ziele mehr. Ne. Alles erreicht. Beutel, wenn du mich hörst. Mit dir würde ich auch noch questen. Cupcakes, grüß dich. Na alter. Beutel ist doch gar nicht da. Ich bin runtergefallen. Ich muss hinten rumlaufen. Achso. Keine Ausdauer mehr. Hab ich einen Beutel verpasst? Ne. Der Vektor ist das. Das ist die 9mm. Oder die schneller? Das ist. Ich weiß nicht. Die 9mm ist die. Die schneller. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kannst du hier bei der 50er Magazine reintun. Und verschießt 9mm. Und die andere hat die 0,45. Die 45 ACP. Ja. Die mag ich glaube nicht so besonders. Ja. Kannst du nachher mal, wenn du ruhige Minute hast, den Busch mal kurz damit um deine Waffen machen? Ja. Meinen, dass ich da Steps höre, Matze? Wo? In Gebüsch wieder? Andere Seite. Zum Crackhaus. Hinter dem Zaun. Hinter dem Durchbruch. Ich meine, dass ich da was gehört hab. Also ich bin jetzt ganz an der Ecke. Ja. An der Mauer zum Crackhaus hin. Links von mir ist da quasi der Durchbruch. Ich hab mir provisorisch reingeschossen. Ich dachte... Alter, hör auf, ey. Ich hab mich schon wieder ein bisschen eingenässt. Ja, ich hab was gesehen und war mir nicht sicher. Also, Fort Knox ist was los. Klumpen. Klumpen, meine ich. Meinst du es am Klumpen? Ja, ja. Wollen wir wieder hinten rumrennen, Klaus? Ja. Ich komm zu dir. Okay. Ich renn? Ja. Ja, du bist längst von mir, ja. Ja, die 9mm ist die langsamer. Die andere schießt schneller, aber der Rest hat dort bloß 33er-Magazin, oder? Kann so aus der Seite. Ich weiß nicht, was größte ACP-Magazin hier ist im Spiel. Wollen wir zum Fort Knox, oder? Wo wollen wir jetzt hin? Ja, ja. Na, so Trogenbude. Wir haben hier auch Steps gehört, oder? Oh, da schießt einer auf mich. Von wo? Von der Wand drüben. Oder nee, kam das von hinter uns? Von hinter uns, von der Baustelle. Ich schmeiß Granate. Okay. Ich renne in die Garage. Ich bin in der Garage. Bin mit drin, bin mit drin. Ich muss mich eben kurz heilen. Ja. Dann gehen wir hier hinten raus, oder? Und gehen dann wieder aufs Dings drauf, oder? Ja. Ready? Okay. Den umgehen wir auch sozusagen. Quasi. Also direkt links rum. So, jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht so laut sind, oder? Mhm. Aber bei diesem blöden Zaun. Ist es nicht vermeiden können. Ja. Aber. Granate von mir. Oh, das ist ein Reiter. Ich bin an den doppelstapligen blauen Container. Okay. Ich bin links von dir. Wo war denn der? Kiefer. Ich geh mal zu den Containern, erst zu den Öltanks. Okay. Der ist direkt am Zaun. Am blauen Zaun. Oh. Minus. Okay. Alter, ich habe nur noch einen Single Fire drin gehabt. Und da kniffte. Da habe ich dich getroffen? Nö, ich glaube nicht. Der hat mir einen. Irgendwer hat mir einen reingedrückt, aber ich glaube, das war der. Du läufst, du läufst? Ne, jetzt schleiche ich. Also jetzt hocke ich und bin ruhig. Läufst du? Ich komme rum, ja. Okay. Bin quasi bei der Leiche. Meinst du, der hat auf uns geschossen? Pff, keine Ahnung. Da war er aber clever, dass er gleich in die Richtung abgebogen ist. Wer ist er? Wer schießt? Oh, einer auf mich. Von wo? Von dem Durchgang hinten, äh, Baustelle, wo wir eben durchgegangen sind. Oh, Alter. Der will es aber wissen. Der kann auch oben auf der Baustelle sein. Die kommen doch von hinten. Ich bin down. Ich bin down. Da war doch Construction hinten, oder? So, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Wo liegst du? Ich meine, der kam an einem blauen Zaun. Dort, wo der Reiter lag? Ne, auf der anderen Seite. Okay. Aber am Anfang, ne, vom Spieler getötet worden. Luxi. Kommt. Der hat's hinter sich. Glaubbar. Von wegen Klaus looten. Arsch, bringt der Hammer. Kannst du mir die Waffe mitbringen? Die Weste, geht das? Probier's. Ne, super. Die AKM. Also, den wir da gerade getötet haben, ne? Mhm. Das war ein Scaf Player. Ich stehe nicht fertig gemacht, den Hund. Scheiße, ich dachte, er hat in die Fresse gekriegt. Mei. Uih. Das war's für heute. 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 Wo muss ich überhaupt raus? ZB 10 12, ZB 10 11, old guess. Okay, Cori. Läuft schon. Danke dir fürs reinschauen. Ja. Das ist Gui. Er liegt hier wieder rum. Das sieht nur so aus. Das ist nur taktisches Rumliegen. Schön, dass du mal reinschaust. Freue ich mich. So, wo soll ich hin? Old guess? Ich glaube Old guess könnte vielleicht spannend werden. Der eine Typ ist garantiert im Loot-Klumpen. Das Gui extra mit mir gebe ich jetzt Vollgas. Morgen ist weit mein bester. Ich freue mich übelst. Der hat's hinter sich. Ja. 100 Nails. Aber ich bin echt gespannt. Also ich bin... Ich freue mich irgendwie, habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe mich schon auf den letzten Vibe gefreut. Aber auf diesen freue ich mich irgendwie noch mehr. Keine Ahnung. Warum? So, ich gehe bloß mal schnell raus, damit Klaus wieder mitspielen kann. Ist die Zeit. So, deine Waffe habe ich Klaus. Und deine Wester. Ich bin jedenfalls übelst gehypt auf morgen. Aber ich muss ja erst arbeiten. Ob ich vielleicht kurzfristig Urlaub nehme? Mal sehen. Oh. Ey, da habe ich dem ja doch noch in die Fresse geschossen. Schönes Ding. Mist. Danke, Squi. Meiner. Hab mich gefreut. Hab Farbe im Haar. Achso, okay. Hallo, Matze. Mach krank. Das ist eine Idee. Gut, Meiner. Wir sehen uns. Ich wünsch dir was. Tschüssi. Beudel, grüß dich. Beudel, grüß dich. Mmh. Ob star, oder? G Party. mightland, grüß dichakras99,